Letztes Mal bei den Raketenagenten. Alter! Oh oh! Der kommt uns gefährlich nahe. Ding-Dong! Ding-Dong! Feuerwerk! Jetzt geht da die Tür auf. Zögere jetzt nichts! Sieh doch, du kannst jetzt hinaufgehen! Okay! Oh nein! Zeit! Seht nach oben! Versuch doch, das Unerwendbare zu verhindern! Endboss! Endboss! Aha! Nicht zerbrochen, Ticker! Wo hast du denn dieses Instrument her? Spielen wir plötzlich eine Trompete und keine Ocarina, was ist hier los? Ja genau, er sucht halt da, wo Feen quasi geboren werden nach Navi. Und das ist halt in den verlorenen Wäldern. Und da fliegen die Rupees! Wenn du das liest, weiß man, wie stark und wichtig seine Bindung zu Navi ist. Naja gut, wie stark und wichtig seine Bindung zu Navi ist, hat man ja in Ocarina of Time irgendwie auch mitbekommen, weil... Navi hat ihn schon durch dieses gesamte Abenteuer begleitet. Yo, Alter, wir werden schon wieder durch den Dreck gezogen! Ah, nicht schon wieder! Not again! Nein! Alles passiert wieder! Nein! Aber ja, ich glaube im Manga ist dann tatsächlich noch ein bisschen mehr Info drin, da hast du recht. Das stimmt. Muskeliger Maskenhändler. Im Manga wird mehr gezeigt, wie linkt der Outsider im Kokiri und dort ist der merkwürdige Junge. Ja. Leider sind die Manga nicht Kanon. Oh! Nö! So, jetzt steht er mit Zocken dran. Yes, wir haben getauscht! Was ist passiert, alles? Hä? Fragezeichen. Wer klopft da? Hat von neuem bekommen? Vielleicht sind ja auch die Spiele nicht Kanon. Genau, Flori. Genau. Richtig, wir machen jetzt den Manga Kanon und der Rest ist nicht mehr Kanon. Ja. Im Manga gibt es auch noch eine Story von Vulvakia und Link als Kind. Ja. Das habe ich auch schon mitbekommen, das ist mega niedlich. Und auch irgendwie herzzerreißend. Was? Was hast du getan? Dieses Lied? Dieses Instrument! Dieses Instrument! Warte, das ist es! Dein Instrument! Der Maskenhändler hat doch gesagt, dass er nicht zurückverwandeln könnte, wenn du ihn dem wertvollen Gegenstand bringst, der dir gestohlen wurde. Was hast du etwa schon wieder vergessen? Das ist ein super Herz, das würde mir vorangehen. Ja, so ist das halt, ne? Stell rein! Und weg! Und weg damit! Mr. Maskenhändler! Hast du dem Kobalt dein edles Instrument abgenommen? Ja! Oh! Oh! Du hast sie! Du hast sie! Du hast sie! Du hast sie! Äh! What? Dann hör mir zu! Bitte spiele dieses Lied nach, das ich hier vortragen werde! Präge es dir gut ein! Spiel mir nach! Ich spiele die ganze Zeit im Hintergrund! Ja! So viel Herzchen! Das Lied der Befreiung gespielt! Oh no! Freiheit! Ja! Freiheit! Ja! Ja! Freiheit! Ja! Und er kann halt auch einfach eine Orgel materialisieren! Ja! Der Maskenhändler ist echt crazy drauf! Also elegant klingt! Sieht schon elegant aus! Ja! Diese Melodie hilft gegen böse Magie und unruhige Geister, indem sie sie in Masken verbannt! Das sollte dir in Zukunft weiterhelfen! Hoffentlich! Wir werden sehen! Sehr gut! Zum Andenken an diesen Tag gebe ich dir diese Maske! Fürchte dich nicht, denn der Zauber ist in ihr versiegelt! Wenn du sie trägst, erlangst du deine vorherige Form! Nimm die Maske wieder ab, um dich zurückzuverwandeln! Die war die ganze Zeit out of frame! Ja! Wir haben sie einfach nicht gesehen! Das ist auch in der Post! Kannst du durchgucken! Die Deku-Schale fiel von deinem Antlitz! Drücke Start und positioniere sie im Inventar auf die Dreizehn auf einen der Dreizehnklöpfe! Drücke C, um mit Hilfe dieser Maske in den Körper eines Deku zu schlüpfen! Drücke C, um dich wieder zurückzuverwandeln! Nun, ich habe mein Versprechen eingelöst! Jetzt ist es an dir, deinen Teil des Versprechens einzulösen! Das Gefühle rastet gleich wieder aus! Sorry, buddy! Sag bloß... Meine Maske... Du hast... Sie zurückbekommen! Oder? Was hast du mir angetan? Wenn du meine Maske da draußen zurücklässt, wird etwas Furchtbares passieren! Ja, deswegen holen wir dir an doch! Dieser Typ ist so crazy! Diese Maske, die mir gestohlen wurde... Es ist Majoras Maske! Ja, hafte deinen Fluch an! Es wird erzählt, diese Maske war Bestandteil von Hexenritualen eines altertümlichen Stammes! Weiterhin wird berichtet, ein übler und feindseliger Schleier falle über denjenigen, der die Maske trägt! Wenn man der Legende Glauben schenkt! War das Unglück, das durch Majoras Maske angerichtet wurde, so groß... Das die Urväter sie aus Angst vor einer größeren Katastrophe in Finsternis versiegelten, um weiteren Missbrauch zu vereiteln! Wieso hast du sie dann gefunden? Hey, 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 hey! Okay... Doch der Stamm ging unter, also weiß niemand von der wahren Natur der Kräfte, die dieser Maske inne wohnen. Aber ich spüre sie! Ich bin weit umher gewandert, um diese sagenumwobene Maske zu finden, und als ich sie besaß, spürte ich, wie sich ein düsteres Omen abzeichnete. Ich fühlte, wie das Entsetzen seine Hand nach meiner Seele ausstreckte. Doch jetzt hat dieser Kobold sie... Ich flehe dich an, du musst diese Maske bald wieder beschaffen, oder etwas Schreckliches wird passieren! Natürlich können wir... Hi Tobi! Natürlich können wir nicht die Finger von Zelda lassen! Wir sind die Zelda-Brothers! Yeah! Bam! Ich flehe dich an, ich flehe dich an, du musst es schaffen! Wirklich? Wüsste das für mich tun? Ich war mir sicher, dass du dich so entscheiden würdest... Ich hab noch gar nichts gesagt! Du schaffst das! Du bist dieser Aufgabe gewachsen! Hab Vertrauen in deine Fähigkeiten! Hab Vertrauen! Und schon sind wir im Boot! Ja! Müssen wir jetzt wollen, ne? Hey, wir sind wieder ein Junge! Wir haben ein Schwert! Und ein Schild! Nice! Ähm... Das ist Zeit... Das ist... Jawohl, jetzt geht's! Diese Maske! Zaukid missbraucht die Macht der Maske, um all diese schrecklichen Dinge zu tun! Was ist das, was es wollen? Aber wir müssen das Schlimmste verhindern! Wir sind für die Berge, der Ozean und der Canyon! Was wollt ihr total damit sagen? Ich wette, er meinte die vier Gebiete außerhalb der Stadt! Findest du Norden, Süden, Osten und Westen! Aber was meinte er mit die vier, die dort warten? Was wollen sie nur bei Chronicles im Chat erwähnt? Und nun schlägt mir Twitch die Zusagen Let's Plays vor! Gar nicht creepy! Nice! Warum ist Zelda auf Deutsch so unheimlich cringy? Hä? Ist es doch gar nicht! Du bist das cringy? So aufgewachsen auf Deutsch! Ja, ich auch! Deswegen ist so... Ich hab keine Ahnung, wenn der nur rasch zu dem Punkt kommt würde! Er soll einfach losziehen und es herausfinden! Ne, du sollst ja! Gramex durch das Torf wird ein Fahrt dringend in den Sumpf! Sumpf ist Stumpf! Äh, Trumpf! Ist irgendwie so lustig! Du liest auch nur, worauf du Bock hast, ne? Das ist meine Interpellation des Spiels! Ich merk schon! Ähm... Mir fällt gerade was ein, was ich noch kurz machen kann! Erstens! Erstens! Ähm... Erstmal das! Bei mehr Zeit ist es immer besser! Die Ballade des Kronos! Yes! Ich möchte, dass die Zeit verlangt wird! Nullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullull Sonst würdest du speichern schwierig. Du kannst deinen Fortschritt speichern und hier aufhören. Wählst du die Datei nochmal, ist mein Bild neben deinem Namen. Dies zeigt an, dass du beim Wiedereröffnen des Spiels an dieser Stelle zu dieser Zeit und deinem jetzigen Status dort sitzt. Vorsicht, öffnest du diese Datei und drückst Reset, ohne vorher an deiner Statue gespeichert zu haben, geht dein Fortschritt. Das heißt, beim nächsten Öffnen beginnst du am ersten Tag mit dem Status, den du beim Spielen der Hülle der Zeit innehattest. Möchtest du deinen Fortschritt speichern und das Spiel beenden? Outro